In der neuesten Episode Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood lesen die beiden Musiker ihren Zuhörern jedes einzelne Wort des RTL-Berichtes vor, indem es um ihre Doppelnieren geht. Ja, die Zwillinge haben insgesamt acht Nieren. Für beide steht fest, dass dies eine medizinische Sensation sein muss. Dr. Specht nimmt den beiden jedoch in einem RTL-Interview den Wind aus den Segeln und stellt die doppelten Nieren eher als Fehlbildung dar. Ach, das halte ich für Quatsch. Also, Herr Dr. Specht, ich meine, das ist keine Fehlbildung. Das ist ein medizinisches Wunder. Ich bleibe dabei, so Bill über die Situation. Bruder Tom ist sich jedoch sicher. Dr. Specht ist ein Hater. Dieser wehrt sich jedoch gegen die Anschuldigungen in einem erneuten RTL-Interview und stellt klar, dass die Nieren der beiden keine Seltenheit sind. In den meisten Fällen sei nur der Harnleiter der Niere doppelt angelegt. Dies würde bei etwa 3% der Menschen vorkommen und wäre noch lange nichts Außergewöhnliches. Um zu klären, ob es sich bei den Nieren der Weltstars doch um eine medizinische Sensation handeln könnte, würden sich die Brüder gerne mit dem Arzt treffen. Der Arzt ist dem nicht abgeneigt und meint, ja, wir können uns sehr gerne in Köln oder sonst wo treffen, sagt er. Das ist dem nicht abgeneigt und wir können uns sehr gerne in Köln oder sonst wo treffen, sondern wir können uns sehr gerne in Köln oder sonst wo treffen, sondern wir können uns sehr gerne in Köln oder sonst wo treffen.